51. Oh, die Ehrlichkeit ist bei unserem Vater in der Tiefe zu Hause, der den Geist ehrlich erhalten wollte und aus Ehrlichkeitsgründen keine Ehe des Geistes mit dem Fleisch zulassen konnte. Und die Ehrlichkeit ist auch bei mir, in der ich alle Verträge einhalte. 52. Sehe ich ihn mir noch einmal richtig an, das Mannsluder da vorne an der Essem, der da so überbequem in seinem Stuhle lehnt, den ich nicht sehen kann, weil ein Stuhl nicht da ist. 53. Ach, das macht dir Gedanken, Luderus, du siehst das Möbel nicht, in dem ich sitze? Ja, weißt du denn nicht, wie sehr wir reine Geister sind, und gerade wegen dieser Reinheit ist unser Vater in der Tiefe zum Märtyrer geworden. 53. Nur für deine fleischlichen Augen mache ich mich ein wenig sichtbar, aber wie ein Lederstuhl aussieht, das weißt du doch, den muss ich dir doch nicht auch noch vor Augen stellen. 54. Während er so peroriert, hat er seine Beine nicht mehr übereinander geschlagen, sondern hält sie in die Breite. Da sehe ich es, der Hosenlatz ist gespalten, wie bei den Landsknechten üblich, und da hängt ihm das Gemächte heraus nach neuester Mode. 55. Wie oft schon habe ich mit Entsetzen gegen diese Mode auf der Kanzel zu Wittenberg gepredigt und gewettert. Schamkapseln nennen sie das, aber von Scham keine Spur. Sie verhüllen ihr unterstes Teil nur, um damit ganz unschamhaft zu prangen und zu prunken. 56. Die Landsknechte haben es angefangen. Sie wollten den Hosenlatz auspolstern. Hat vielleicht bei ihnen auch einen Sinn, damit der Gegner da unten nicht reinstechen kann. 57. Oder vielleicht soll der Feind damit vom Gemächte der Beine auf das Gemächte in den Armen schließen und der Schrocken den Mut fahren lassen. 58. Aber dann haben die Teufelsknechte noch anderes, noch ganz anderes im Sinn. Sie wollen den Weibern, die sie immer im Tross mit sich führen, zeigen, was für Mannsbilder sie sind. 59. Bis in die höchsten Ränge ist diese Mode gedrungen, wo bestimmt nicht mehr im Kampf gefochten wird, bis ins Zivile hinein, wo sich selbst Fürsten und Könige Europas damit schmücken und den geschlitzten Rüstungen samt Kapseln in Paraden glänzen wollen. 60. Was schaust du mir so zwischen die Beine, Luderus? Hast du da etwas zu suchen? 61. Als Mönch bist du doch der Keuschheit verschworen, nicht wahr? Was sinierst du also über mein Gemächte nach? 62. Hyppage Satana! Nicht doch, ich bleibe! Ja, das musst du uns schon gelten lassen, unseren unteren Kult. 63. Den Gott da oben, den verehrt ihr mit Kopf und Herz. Die sitzen beide auch bei Menschen oben. 63. Gott mit Geist und Gemüt verehren. Aber den Gott da unten, unseren Vater in der Tiefe, den verehren wir würdigerweise mit den unteren Gliedmaßen, als das in Treten mit den Füßen, Rennen mit den Beinen und Kopulieren, nun ja, mit dem, was da schamhaft verborgen ist. 63. Hyppage Satana! Gibt es nicht das Sakrament, denke ich? Nein, doch, das sage ich dir, Dr. Martinus. Was murmelst du vom Sakrament? Weil es ja nach göttlichem Gebot auch anders sein könnte, als ich dir erzählt habe. 64. Frau und Mann können sich zusammentun und rechtmäßig ein Fleisch werden? Da hast du recht. Und wieder werden wir vom Feind da oben betrogen und gehen leer aus, indem er uns unser eigentliches Element aus den Händen windet. 64. Er dreht das Untere einfach ins Obere und nennt es die Ehe. Nennt es eines von sieben Sakramenten, wie die Kirche seit 300 Jahren tut. 64. Du bist doch gut unterrichtet. Du bist Sententiarius. Du weißt, wer es erfunden hat. Ja, richtig. Petrus der Lombarde, der Sentenzenmeister. Der war es. Hat vor drei oder vier Jahrhunderten die Sakramente geordnet und gezählt. Und ganz zum Schluss, als Krone und Sahnehäuptchen die Ehe zum Instrument der Gnade erhoben, als siebentes und letztes der feierlichen Heilsmittel. 64. Dieser Petrus ist überhaupt nicht unser Mann. Er ist der reine Feind in den Reihen des Feindes, weil er ganz ohne Empörung ist. Und deshalb, hundert Jahre später, hat die Kirche auf dem zu Lyon gefeierten Konzil seine Siebenzahl ohne Widerrede angenommen. 64. So macht es die Kirche immer. Erst muss der Mann oder die Frau von der Erde weggenommen sein. Dann werden sie, wenn es etwas zu loben gibt, gelobt und heilig gesprochen oder gar zu Kirchenlehrern erhoben. 64. Ludrus, ich sehe schon, wie dir dein Mund wässrig wird. Ich höre dein Lechzen. Möchtest wohl auch Lehrer der Kirche werden, was? 64. Vergiss es. Du willst der Kirche ja gerade hier und heute Ratschläge erteilen. Und du wartest nicht hundert Jahre, sondern höchstens zehn Tage, ob du Aufmerksamkeit bekommst vom Albrecht. Und dann wirst du loslegen. Das ist es eben. Du lebst aus der Empörung, während Petrus aus der Liebe lebte und auf seinen eigenen Namen keinen großen Wert legte. So eitel, sich selber gar einen neuen Namen zu geben wie ihr Humanisten, war er nun schon gar nicht. 53. Ach ja, fast bin ich unter diesem Exkurs von der Hauptsache abgekommen. Das war wahrlich ein Schnippchen, mit der die Kirche uns die unteren Gliedmaße abgetrennt hat. Alle teuflische Hochachtung von unserer Seite. Wie ihr dem Teufel die fleischliche Vermischung weggepatscht habt, indem ihr ein Sakrament, das Sakrament der christlichen Ehe, daraus gemacht habt. Alle Achtung! Sehr komisch eigentlich, diese Kaperung des natürlich Sündhaften für das Sakrosannte durch die bloße Voranstellung des Wortes christlich. Alle Organe am Menschen, die Oberen und die Unteren, dienen seit der Einführung des Sakraments dem Oberen Gott. Wir hätten es uns denken können, wenn der da oben schon den Geist mit dem Fleisch verkuppelt, mit der fleischlichen Lust, dann kann er natürlich auch mit der fleischlichen Lust die echte Liebe des Geistes verkuppeln. Oh, welche Schande des Feindes in der Höhe! Nichts lässt er uns übrig. Alles will er uns unten und in letzter Minute wegschnappen. Aber wir existieren noch. Die Hölle lebt. Du wirst es sehen. Wir haben unsere Gegenmaßnahmen ergriffen. Wir suchen noch einen Theologus, der die Sache wieder ins Reine bringt und das Untere vom Oberen abkoppelt. Wir suchen einen, der da sagt, die Ehe ist ein weltlich Ding. Und wir wissen auch schon, wer das für uns tun wird. Du bist es. Du bist der Gegenlombarde. Du entkoppelst, was die theologische Mode falsch verbunden hat. Hyparge Satana. Nein, nein, ich bleibe. Willst du nicht Klarheit über dein theologisches Programm gewinnen? Du emanzipierst den unteren Trieb von den oberen Kräften und setzest ihn in Freiheit. Emanzipation und Freiheit. Das haben wir als Ware anzubieten. Und das hast auch du anzubieten. Nichts anderes und nichts mehr. Die Emanzipation von Rom und die Freiheit des Christenmenschen. Deshalb haben wir dir ja auch den Namen Eloiterios eingehaucht. Der Feind bietet friedliche Unio und Communio an. Ich und du dagegen, wir preisen die konkurrierende Emanzipation. Daran haben wir dich doch erkannt, als du im letzten Monat so heftig gegen die scholastische Theologie angebellt hast. Beim 17. Satz, da war es, da haben wir gerufen, er ist unsere erste Wahl. Der Mensch kann von Natur aus nicht den Willen haben, Gott sein, Gott sein zu lassen. Er möchte vielmehr selber Gott sein, wobei Gott nicht mehr Gott ist. 54. Da ist der Jubel ausgebrochen im Chor der Engel, die unserem Vater in der Tiefe zu Diensten sind und beständig Hallelu-Sat singen. Ist das gleiche Credo, mit dem wir ihn in der Tiefe anbeten. Gott soll für dahinten nicht Gott sein. Nein, Luderus, so steht es nicht zwischen dir und mir, da du doch die Perle der Erkenntnis gefunden hast, die unsere hellische Speise ist. Natürlich, du sagst zugleich Pfui zu der Perle, denn für dich ist die Natur die Sünde selber, da du Gott keine Gelegenheit einräumst, mit seiner Gnade an dieser Natur zu werkeln, um ihre Krankheit zu heilen. Das wollen wir ja ebenfalls nicht. Die Sünde soll immer größer werden. Sie soll wachsen, bis keine Schöpfung mehr vorhanden und der ehrliche und reine Zustand Ante Initium wiederhergestellt ist. Du zwar verneinst die Verneinung und meinst damit auf die Seite Gottes zu wechseln, aber die Perle der Verneinung hast du nun einmal in die Welt gesetzt. Besser gesagt, du hast den Höllenhund von der Kette gelassen. Die Natur steht gegen Gott, die Natur ist nicht mehr sein Werkzeug und der Mensch ist nicht mehr sein Ebenbild, sondern ist zum Konkurrenten und Erzfeind Gottes geworden. Statt Concordia lehrst du die Konkurrentia. Da fühlen wir uns mit dir ganz einig, wir sitzen auf dem gleichen Ast. Ob im Spruch oder im Widerspruch, das ist uns ganz gleich. Der Satz tut seine Wirkung und der Ball ist im Spiel. Gott soll nicht Gott sein wegen der Untat mit dem Menschen, der da oben den Menschen freventlich gegen gediegenen Rat geschaffen hat. Damals erst ist der Gegensatz zu unserem Vater in der Tiefe entstanden, weil unser Erzvater bis dahin so treu gedient hat wie die Erzengel Michael, Gabriel und Raphael. Diese drei haben einfach ergeben die dienstlichen Befehle aus der Höhe entgegengenommen und dem Schöpfer geholfen, seinen Plan in die Tat umzusetzen, während unser Vater in blitzgescheiter Analyse das Elend des dürftigen Tiergeistes hellsichtig im Voraus erkannt hat. Oder im schönen Altlatein, das du so perfekt schreibst, der Mensch muss wollen, se esse deum, selber Gott zu sein, et deum non esse deum, und Gott soll nicht mehr Gott sein. Wie kommt eigentlich das niedere Wesen dazu, nach dem höchsten Thron zu streben? Wir sind die reinen Engel, wir haben uns immer mit dem zweiten Platz begnügt. Warum will das Geist hier plötzlich den ersten Platz einnehmen? 55. Was da der Feind oben von einem Engelsturz verlauten lässt, das sind alles Verleumdungen. Ich sah wohl den Satanas vom Himmel fallen als einen Blitz. So sagt es euer Herz zwar laut, aber ganz falsch. Wir waren es, wir haben uns getrennt von ihm. Das ist richtig, aber nicht wie Abraham und Lot in Frieden, weil das gemeinsame Land sie nicht mehr getragen hat, sondern im Streit, weil wir keinen gemeinsamen Geist mehr hatten. Feindschaft und Wut, mein Lieber, woraus entstehen sie? Wer erklärt, was das Gute und was das Böse ist? Wenn ich und du nicht der gleichen Meinung sind, welche von zwei Zahlen die größere ist, könnte uns ein solcher Zwist zu Feinden machen? Nein, könnte die Meinung uns böse machen? Nochmals nein. Wir würden einfach die Sache ausrechnen und uns bald einig sein, nicht wahr? Oder wenn wir uns darüber streiten würden, was größer und was kleiner ist, dann würden wir nachmessen und der Streit wäre bald zu Ende, nicht wahr? Jetzt aber erkläre ich dir, der Teufel dem Theologen, das Geheimnis von Gut und Böse, weshalb es sehr zufällig ist, wenn der da oben sich den Guten nennen lässt und wir da unten für die Bösen gelten. Wir sind auch gut, nur eben anders gut. Oder besser gesagt, ihr und der da oben, ihr könntet auch für die Bösen gelten. Unser Verhältnis ist streng symmetrisch zu denken. Wir haben uns eben nur nicht geeinigt, was das Gerechte und das Ungerechte, das Schöne und das Hässliche, das Gute und das Böse sein soll. Nicht wahr? Das ist es doch. Wenn wir über die Erschaffung der Welt uneins sind und zu keiner befriedigenden Lösung gelangen, vor allem aber, worauf das Ganze von je abgezielt hat, ob das geistige Tierwesen, Mensch genannt, geschaffen werden sollte, da wurden wir zu Feinden und wir werden es bleiben für alle Zeit, in der dieses garstige Mischwesen existiert, nicht wahr? Wir verneinen es, weil wir im Voraus wussten, welches Chaos es anrichten würde. Dieses spezielle Tier sollte die Krönung aller Wirklichkeit sein, es sollte sogar nach Gottes Willen über Gott zu stehen kommen, denn Gott ist gut von seiner Natur aus, dieses Mischwesen aber, es sollte von seiner Freiheit aus gut sein. Deshalb wurde es böse, weil solche Freiheit weit über Menschenkraft geht. Da verstehen wir uns so gut mit dir, Dr. Luther, denn auch du hältst nichts von wirklicher Freiheit. Alles passt zusammen in deinen 97 Sätzen gegen die scholastische Theologie. Es ist die feine Theologie der Hellen. 56 Hyb-Age-Satana Ach was, du meinst, du förderst damit das biblische Reich Gottes? Nein, du gibst im 29. Satz einfach die Eintrittskarte zum Leben zurück. Du sollst dich nach Gottes Willen bewähren im Leben. Jeder soll sich bewähren, jeder soll es richten. Du aber sagst, die beste und unfehlbare Vorbereitung und die einzige Befähigung zur Gnade ist die ewige Wahl und Vorherbestimmung Gottes. Das heißt doch, ich will mit dem Leben nichts mehr zu tun haben. Richte lieber du die Sache, mein lieber Gott. Welch ein Unfug, Luthorus, das gefällt uns. Warum wählst du diese Eterna Dei Prädestinatio, warum diese ewige Vorbestimmung durch Gott? Das ist die Lebensverneinung. Denn der da oben hat die Wahl ja gerade dem Menschen vorgelegt. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. So heißt es in alter Geschrift und in neuer lautet es ganz ähnlich in der Bergpredigt. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Gerade dieses schöne Wort hast du vor sechs Wochen zum Ziel deiner Angriffe gemacht und verschrien. Denn gar keine Aktivität willst du den Menschen vor Gott zugestehen, da Gott ihn doch als Partner will, als Mitarbeiter für die Wahrheit. Da hast du unseren Beifall. Das möchten wir ihm kaputt machen. Und du mit uns. Hyp-Age-Satana. Aber Luderus, wir sind dir ja auf die Schliche gekommen und klatschen dir Beifall und jetzt verschreist du uns. Das ist nicht vornehm gedacht. Ach, ich verstehe, warum du dich unschuldig fühlst. Du denkst jetzt in dir, die Thesen sollen ja nur Thesen sein. Du rufst bei den 97 Thesen gegen die scholastische Philosophie und bei den 95 gegen den Ablass ja die Disputanten auf. Sie mögen die Thesen widerlegen, wenn sie es können. Du sagst ja laut und vernehmlich, die Sätze seien allesamt nur Probesätze. Sie spiegelten gar nicht unbedingt deine Meinung wider. Da bist du so geschickt wie die Helle. Auch wir streuen Vermutungen aus, schränken ein, geben zu bedenken. Du kennst doch unser großes Beispiel ganz zu Anfang der Heiligen Geschrift. Ja, sollt Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäume im Garten. Das nenne ich die treffliche Methode des Zündelns mit dem Zunder. Eine These ist wie ein kleines Feuerchen. Es entzündet sich von selbst, da deine Thesen alle nur Hypothesen sein sollen. 57 Und wenn es dann brennt, magst du immerhin rufen, ich bin es nicht gewesen, ich kann nichts dafür. Die theologische Feuerwehr hat nicht aufgepasst. Jetzt brennt nicht nur der Zunder, sondern der ganze Wald. Vielleicht auch bald, so hoffen wir, die ganze Welt. Ja, Luderus, das Zündeln verstehen wir beide meisterlich. Du in deiner lateinischen Gelehrsamkeit und wir in unserer hellischen Ehrlichkeit. Hypage, Satana. Nein, nein, ich will bleiben. Ach, du denkst, du meinst es ehrlich. Du sprichst zu dir, weil ich dem meinster Buben Albrecht ein paar Tage an Zeit gebe, weil ich nicht gleich den Aufruhr predige. Daran erkenne ich vor mir, wie aufrichtig ich bin nach dem Wort des Evangelii. Sündiget aber dein Bruder an dir. Lass das gut sein. Lehre du uns Psychologie am Verstehen. Du weißt genau, was passieren wird. Der Erzbischof Albrecht wird dich Mönchlein verachten. Ja, er wird dich nicht einmal beachten. Und dann hast du freie Bahn. Dann sagt dir dein Gewissen und dann sagt dir auch dein Staubwitz. Du hast deinen Part getan, jetzt kannst du andere Wege gehen. An den bestellten Lehrern der Kirche vorbei, wobei du gar nicht anders kannst, als dich selber zum Kirchenlehrer zu erklären. Eben und gerade das wolltest du doch, wie wir soeben gesehen haben. Wer die Lehre der Kirche nicht anerkennt und dennoch über Gott etwas lehrt und über den Weg zum Heil, der ist im gleichen Augenblick zum Kirchenlehrer geworden. Von wem eingesetzt? Von dir selber. Das wirst du auch bald verlauten lassen. Deine logischen Fähigkeiten übertreffen deine theologischen bei Weitem. Und folgerichtig wirst du rufen, was aus der Taufe gekrochen ist, das mag sich rühmen, es sei schon als Priester, Bischof und Babst geweiht, obwohl es nicht jedem ziemt, dieses Amt auch auszuüben. Hüppage, Satana, Hüppage, Satana, Hüppage. Aber lass doch die Verwünschung, da du nichts lieber wünschest, als mit mir zu diskurieren. Dabei sprichst du gar nicht, da ich allein dir ja alle Rede mit dem Munde vorreden muss. Und wieder hast du ein gutes Gewissen, denn nur ich bewege den Mund. Abgründiges Gesetz der Freiheit, mit dem der Feind der Oben auch noch den Grad der Ehrlichkeit dem Geist hier überlässt, damit kein fremdes Gesetz ihn richte, sondern nur das eigene, das aus dem Herzen kommt. 58. Bodenlose Infamie. Der Mensch ist Richter in eigener Sache, er kann sich freisprechen, wie du das jetzt tust, Luderus, und doch verurteilst du dich als Richter umso mehr. Hüppage, Satana. Ach so, du willst wissen, woran wir dich erkannt haben, woran wir vor allem deine Selbstverurteilung gesehen haben? Ja, es war ganz leicht. Es ist deine ewige Unruhe, wie du selber sagst. Hast du nicht noch vor ein paar Tagen zu Staupitzen darüber geredet? Dein Gewissen sei die Stimme Gottes in dir und fast habest du den Eindruck, du gehörtest zur Massa Damnata. Trotz deines untadeligen Lebens als Mönch fühlst du dich vor Gott als Sünder mit ganz unruhigem Gewissen und bist seit zwölf Jahren keineswegs mit Gott versöhnt. Wir bestätigen nur, was du sehr gut erfühlst. Das ist ja das Feine an der Helle und ihrer Spillung. Wir geben den Erdenwürmern nur, was sie wünschen, von dem sie bisher nur nicht gewusst haben, wie sehr sie es sich wünschen. Und wir geben viel mehr, als sie sich je haben wünschen können. Ja, viel mehr, als sie sich nur vorzustellen gewagt haben. Hüppage, Satana. Der spricht schon zu lange zu mir, raubt mir die Zeit und ich höre die Turmuhr wieder. Zweimal schlägt sie. Ach, ich merke schon, mein Doktorchen, du zählst die Zeit. Möchtest mich wohl gerne loswerden? So wollen es deine oberen Kräfte. Bist mir aber sehr zugetan von unten her. Da wollen die Kräfte ganz zu mir. Was murmelst du da wieder? Ich stehle dir die Zeit. War doch bloß ein Viertelstündchen. Nein, nein, ich gebe dir Zeit. Ich nehme sie nicht. Ich verkaufe dir Zeit. Ist das Beste, das wir haben. Wir wollen ab heute, Adato Recessi, ein neues Zeitalter begründen. Warum benennen wir diese Epoche nicht gleich nach der neuen Zeit? Nennen wir sie doch die Neuzeit. Sie soll so recht unsere Ära werden. Deine und meine. Das Zeitalter des Teufels. Mit dir beginnen wir. Es werden Jahre werden, Jahrzehnte, Jahrhunderte, schöner, negromantischer Zeit. Ein ganz und gar volles und übervolles Jahrhundertglas mit genialischer Teufelszeit ist euch gestellt. Warte nur, warte nur ein paar Tage, ein paar Wochen, bis unsere Illuminierung dich ganz ergriffen hat. Bis jeder lahme Skrupel, der dich heute noch bindet, weggefallen ist, wenn du merkst, wie dir die Leute zujubeln, alle Teutschen und noch ein paar über Deutschland hinaus. 59 Wir haben in der Helle eine große Entdeckung gemacht. Der Teutsche braucht, um auf seine volle natürliche Höhe zu kommen, eine halbe Flasche Wein im Bauch. Phrenetischer Jubel der Massen wird dich umtosen, das ist noch besser als der Wein. Begabt, aber lahm, das ist der Teutsche. Begabt genug, sich an seiner Lahmheit zu ärgern und sie auf Teufel komm raus, durch Illumination, durch Erleuchtung von unten zu überwinden. Die Neuzeit wird ganze 500 Jahre lang ein eminent deutsches Zeitalter werden, Adato Recessi. Du, mein Lieber, du hast wohl gewusst, was dir gefehlt hat, oder genauer gesagt, du hast genau gewusst, wer dir gefehlt hat, zum vollen Durchbruch. Als du gegen den Babst angeschrieben hast, gegen die Scholastik und gegen den Ablass, die beide sehr päpstlich sind, da hast du uns in der Tiefe angerufen. Du weißt ja, wie das geht. Steig herauf, Samuel. Aber was heißt Samuel eigentlich? Seine Mutter Hannah meinte, als sie ihn gebar, Samuel heißt er einfach, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Weit gefehlt. Das hat in unserem Auftrag der Drucker, Johann Barlhorn von Lübeck, verbessert. Samuel heißt richtigerweise Samael. Und was heißt Samael? Du schweigst voll Trotz? Ja, du weißt es wirklich nicht. Der Doktor Sacre Biblie schweigt aus Unwissen über den biblischen Namen. Aber du hast recht, mit der Salbung von oben ergibt der Name nur einen philisterlichen Sinn. Erst die Salbung von unten flößt dir den rechten Geist ein. Ich schätze die Diskretion, mit der du die Vertäutschung mir überlässt. Engel des Giftes heißt Samuel oder Samael. Hypage Satana. Nicht doch, wir sind beide Giftmischer, da wir Nein sagen zur Schöpfung, wie du Nein sagst zur Natur, da du sie zur Sünde erklärst. Dass etwas diese plumpe Welt, so viel als ich schon unternommen, ich wusste nicht, ihr beizukommen. Mit Giften, Stürmen, Schütteln, Brand, geruhig bleibt am Ende Meer und Land. Deshalb interessieren wir uns für dein neuartiges Gift, Luderus. Wir untere Leute haben bisher einfach nur Nein gesagt, mit Giften, Stürmen, Schütteln, Brand. Du aber lässt die Leute erst einmal Ja sagen, da sie ganz verflucht an diesem Leben hängen und sogar nach dem Leben Gottes gieren. Nicht weniger Leben wollen sie haben, sondern mehr. Und gerade so klappst du sie. Das ist uns neu und in der Hellen bisher unbekannt. Das hat uns gefallen, den Willen nach dem Leben in der Natur selbst in den Tod zu schicken. 60. Als du den harmonischen Aristoteles abgetan hast, kam dir die Erleuchtung von unten und du kannst nun die Hölle belehren. Wie sagst du noch, Bellum omnium contra omnis, Krieg aller gegen alle? Das ist uns als Mittel der Vernichtung gerade nicht eingefallen, aber wir können's gebrauchen. Oder vielleicht doch nicht? Es ist ein Risiko dabei. Der Rat der zwölf Erzteufel war sich nicht ganz einig. Es gab eine Kampfabstimmung, nur knapp wurde dein Vorschlag, die Natur gänzlich zur Sünde zu erklären, angenommen. Unser Vater in der Tiefe hat die Entscheidung abgesegnet. Vielmehr, er hat sie verflucht raffiniert gefunden, obwohl auch er etwas von Risiko gemurmelt hat. Vielleicht kann der Luder sogar der Hellen entgehen, hat er gesagt, wenn er das Gegenteil dessen erreicht, was er will. Wir wissen's noch nicht. Wir müssen's wagen, uns gehen langsam die Mittel aus. Die Deutschen sind unsere letzte Hoffnung. Und ich, Skrutep, sage dir, vielleicht verwandelt der da oben die sündige Natur, auch wenn es dir gar nicht passt, Luderus, in ein neues Sakrament. Und nicht nur wir stehen als begossene Pudel da, sondern du mit uns, wenn auch auf andere Weise. Du ziehst mit der ganzen von dir verfluchten Natur in den Himmel ein, weil der da oben ein Meister ist, den Fluch in Segen zu verwandeln und wir gehen wieder leer aus. Segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Wer weiß, es ist uns viel bewusst, doch allwissend sind wir nicht. Wisse, Geschäfte sind nie ohne Wagnis, nicht wahr? Wir wissen nicht, wer am Ende in den Gewinn einstreicht. Du wirst nur wissen, womit du zahlst und wir wissen auch, womit wir zahlen. Hybage Satana, da sei Gott vor und unser Herr Jesus Christus. Ich kaufe nichts von dir und ich bezahle auch nichts an dich. Doch, doch, Luderus, spar dir deine stumme Stimme. Wir kaufen und verkaufen bereits, wir sind voll im Geschäft. Unsere Währung heißt Natur. Darüber wickeln wir die Geschäfte ab. Wie schön du doch von der Natur im Singular sprichst. Das haben die Alten nicht getan. Sie haben die Natur immer in der Mehrzahl genannt. Die Natur Gottes, die Natur des Menschen, die Natur dieses Stuhles hier. Die eine Natur ist die Ewigkeit, die zweite die Sterblichkeit, die dritte das Sitzen.